So Jungs, auch das ist immer wieder oder kann ein Problem sein. Jetzt haben wir drei Sachen, die wir beachten müssen. Wenn es einfach ist, kriegt ihr es noch hin. Wenn ich drei Sachen erwarte, wird es schon bei vielen eng. Hier das richtige Bein mitzunehmen, diesen Spieler auszuspielen. Da macht der Nico irgendwas oder die meisten laufen rum, haben es schon vergessen. Und das dritte ist dort die Richtungsänderung. Hopp, hopp.